Der Path of Exile 2 Early Access Stream ist vorüber und wir möchten heute in diesem Video eine kurze Zusammenfassung wagen, wobei das relativ schwierig ist. Das heißt, ich werde heute mal so einen ersten Teil machen als Zusammenfassung, was passiert ist, was alles gesagt wurde in diesem Livestream, denn wir wurden mit Informationen überflutet. Es war so viel, meiner Meinung nach, dass es schwer ist, das alles am Stück abzuarbeiten. Deshalb konzentrieren wir uns heute auf einige wichtige oder die wichtigsten Details, meiner Meinung nach, die in diesem Stream genannt werden. Und wir werden dann später in einem anderen Video oder vielleicht in Teil 2 vom Podcast, den ich ja eigentlich am machen bin, werden wir weiter darauf eingehen, was sonst noch alles dazu erzählt wurde. Deshalb, ihr seid auch dazu angehalten, gerne unten in den Kommentaren eure Fragen zu stellen zu diesem Livestream oder zu manchen Systemen. Dann können wir in künftigen Videos ein bisschen besser in aller Ruhe drauf eingehen, denn ich finde, gestern beim Livestream, und da kommen wir jetzt eben auch zum Beginn des Videos, war schon einiges los. Also ich glaube, gefühlt die ersten eineinhalb Stunden wurden wir nonstop mit Informationen, Details und Mods und Upgrades und Systemen und Skilltrees und Endgame und Progression und Itemization und so weiter voll geballert. Und ich bin mal gespannt, wie viele von euch da wirklich beim ersten Zuschauen alles mitgeschnitten haben. Auf jeden Fall, vielleicht mal, um mal kurz einfach von Grund auf anzufangen. Es gab zwei Trailer zu Beginn, der eine war ein Cinematic Trailer, sehr, sehr geile Qualität, wo ein Intro gibt, sozusagen zur Story von Path of Exile 2. Da habe ich euch bestimmt auch schon im Hintergrund was zu angezeigt. Daneben gab es den ersten Gameplay Trailer, wo die Klassen vorgestellt wurden, die es beim Early Access Start geben wird. Das heißt, wir wussten es eigentlich schon, es wurde angeteasert auch in anderen Trailern, dass es sechs Klassen sein werden, also Krieger, Waldläuferin, Mönch, Zauberin, Hexe und Söldner. Diese sechs Klassen wird es geben und wir haben mehr noch dazu erfahren bei diesen Klassen, nämlich, dass es zwei Aufstiegsklassen pro Klasse geben wird zum Start. Das heißt, wir haben, wenn man es alles zusammenfasst, zwölf Möglichkeiten, unsere Klasse sozusagen auszubauen, mit einem Schwerpunkt in eine bestimmte Richtung. Wobei wir ja, wenn wir Path of Exile kennen, allgemein, gibt es dutzende Möglichkeiten. Und dazu wurde auch noch viel, viel mehr gesagt gestern beim Livestream. Bevor wir aber da noch mehr drauf zu sprechen kommen, vielleicht ein paar wichtige Themen und offene Fragen, die es bei einigen in der Community, zumindest bei mir hier unter manchen Videos auch mal gab. Nämlich, was das Respecken angeht, also die Knoten, die man geskillt hat im passiven Skillbaum, kann man die zurücksetzen? Und man wusste bereits, ja, das wird möglich sein und zwar mit Gold. Die Währung, die es jetzt ja in Path of Exile 2 gibt, die gab es ja beim Einsatz noch nicht, wenn man mal die Liga jetzt wegnimmt. Ja, jetzt gibt es Gold, was man finden kann, wenn man einfach Monster schlachtet und das kann man aufheben. Und mit diesem Gold kann man sich zum Beispiel, kann man gambeln um Items in der Stadt, bei einem NPC, ganz normal. Aber man kann das Gold eben auch dafür einsetzen, um Punkte im Skillbaum zurückzusetzen. Und hier ist es jetzt noch die Frage, wie ist das gebalanced? Das heißt, wie viel Gold braucht man, um kompletten Respekt zu machen? Und was ich bisher sehen konnte gestern im Livestream, ich muss das Gameplay auch nochmal genau analysieren, aber ich habe einmal gesehen, dass es 93 Gold gekostet hat, um einen Knoten zurückzusetzen. Aber es gab auch ein Beispiel, da hat es 356 Gold gekostet, um einen Knoten zurückzusetzen. Das heißt, es hängt von verschiedenen Faktoren wahrscheinlich ab, wie viel Gold es kostet, um einen Punkt zurückzusetzen. Vielleicht steigt das auch mit der Menge. Man muss noch sehen, ich muss mir das noch genau angucken. Auf jeden Fall hatte der Beispielcharakter von diesem Video, hatte 4000 Gold. Und wenn man jetzt denkt, okay, es kostet 93 Gold, kann man schon einiges zurücksetzen. Wenn es 356 Gold kostet, ist das schon wieder weniger, aber da ist das Verhältnis einfach noch ungeklärt. Es ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, das zu tun. Und wenn man lang genug Gold sammelt natürlich, kann man bestimmt einiges zurücksetzen. Was wurde sonst noch gesagt? Wir haben das Beispiel jetzt gesehen im Gameplay, dass es eben nur noch einen Heiltrank gibt. Einen großen Heiltrank sozusagen und einen großen Mana-Trank, weil man eben mit der Controller-Steuerung deutlich einfacher hat, nur zwei Buttons zu haben für Trank anstatt fünf. Und deswegen macht das auch Sinn. Stattdessen haben sie aber ein System eingebaut, das hat man jetzt auch zum ersten Mal gesehen, nämlich die Slots für die Charms. Diese Charms sind quasi diese Erweiterung, wie es bei Path of Exile 1 eigentlich gab, für die Verzauberung von den Trankflaschen, soweit ich das bisher verstanden habe. Das heißt, hier kann man dann Resistenzen oder Immunitäten mit dazugeben zu seiner Heiltrankladung oder zu seinem Mana-Trank. Dafür hat man drei Slots und man findet diese Charms einfach und sockelt dann diese Charms rein, wenn man es für notwendig hält oder was einem da einfach gefällt, um diese Trankladungen, die man hat, zu modifizieren und für seinen Schwerpunkt einfach auszubauen. Es wurde teilweise kommuniziert in Videos, auch im internationalen Bereich, alles, was du wissen musst, pipapo, dass man jetzt immer in die Stadt zurückgehen muss und dort auf den Brunnen drücken muss, damit man seine Trankladungen wiederbekommt. Das stimmt nicht mehr. Das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Durch Monster-Kills laden sich die Tränke wieder auf. Und wenn ich es richtig gesehen habe, bei der Tokyo Games Show war es auch so, dass es sich über Zeit wieder langsam aufgefüllt hat mit der Trankladung. Ob das so jetzt auch drin geblieben ist, weiß ich nicht sicher, aber ich habe es auf jeden Fall beobachtet, dass es bei der Tokyo Games Show, und das ist ziemlich neu, so der Fall war. Dann sind die Geistskills kurz betont worden. Hier muss ich allerdings auch noch das Gameplay genauer angucken, dass wir uns da im Detail darüber unterhalten können. Ich hatte allerdings was mitbekommen, dass es spezielle Geistskills pro Klasse gibt, in die man quasi reininvestieren kann, mit der Ressource Geist, also Spirit. Aber ansonsten wissen wir davon, dass diese Geist-Ressource dazu dient, die bestimmten Skills, die man hat, zu verstärken. Das heißt, das Paradebeispiel ist bei der Hexe mit den Minions, also mit Skeletten. Wenn ich mehr Skelette haben möchte, muss ich in diesen Skelettskill mehr Spirit-Punkte reininvestieren, damit ich mehr Skelette habe. Und so ist es als Ressource fürs Balancing da einfach, dass man nicht mega überpowerte Skills haben kann, zum Beispiel eine Armee mit 100 Skeletten, weil einem dann die Geist-Ressource ausgeht, also der Spirit geht aus, und man kann eben nicht 100 Skelette haben. Oder wenn man mega viel Skelette hat, weil man mega viel Spirit reininvestiert hat, hat man halt nicht mehr viel Spirit für irgendwelche anderen Skills, um die extrem stark zu machen. Das heißt, diese Ressource ist da, um das alles ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Wenn wir gerade über die Hexe gesprochen haben, wurde in dem Livestream auch noch das Scepter vorgestellt, als, glaube ich, neue Waffe. Im Path of Exile 1 kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ein Scepter in dem Sinn gesehen habe. Die Hexe konnte es anwenden, wobei ich auch glaube, dass andere Klassen auch ein Scepter tragen können werden. Dann wurde noch betont, dass alle Skills eigentlich für alle Klassen wählbar sind, solange man die Attributsanforderungen dafür erfüllt. Das heißt, was eigentlich so vorgestellt wird, was so archetypisch ist, also wo sie dann gesagt haben, ja, das ist der Krieger, und der Krieger kann Erdbebensachen machen, und Totemsachen machen, und das ist die Waldläuferin, und die kann halt mit Bogen, die kann so Pfeile elektrisch schießen, und was weiß ich was. Alle Skills im Prinzip kann jede Klasse anwenden. Aber es gibt halt eine Attributsanforderung dafür, das heißt, sehr wahrscheinlich Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz, wie es halt der Fall ist. Wenn man diese Anforderungen erfüllt, kann man die Skills im Grundsatz eigentlich benutzen, egal welche Klasse man hat. Kommt allerdings darauf an, dass man auch die passende Waffe dafür im Repertoire hat und anwenden kann. Ich denke, die zwei Sachen gibt es da zu beachten. Also eben auch die Waffenwahl spielt eine große Rolle, weil viele Skills mittlerweile bei Pathfinder 2 an bestimmte Waffen gebunden sein werden. Dann hat es sich nochmal bestätigt, was bei mir unter dem Video mal so noch kritisch genannt wurde, weil man mir das nicht so ganz geglaubt hat, glaube ich. Support Gems, also Support Edelsteine, die sind nur einmal zuweisbar. Also man kann die immer wieder auf einen anderen Skill wechseln, aber man kann sie nur auf einem Skill aktiv haben. Das heißt, wenn ich einen Support Edelstein, der meinen Skill modifiziert, wenn ich zum Beispiel diesen Dreischuss haben möchte, dann muss ich überlegen, bei welcher Fähigkeit ich diesen Dreischuss haben möchte, weil ich kann diesen Dreischuss nicht auf alle Fähigkeiten verteilen, sondern eben nur auf eine. Das kann ich immer wieder wechseln, wenn ich merke, dass mir das auf einem anderen Skill besser gefällt, aber ich muss diese Entscheidung treffen. Es gibt allerdings, ich glaube, hundert oder hunderte, ich weiß nicht mehr, wie ich es richtig verstanden habe, an Support Gems, die man allgemein im Reporterar haben kann. Und die werden einem auch schöne Menü angezeigt. Das heißt, man sieht in dem Menü für jeden Skill, welche Support Gems könnte ich für diesen Skill benutzen. Das heißt, die Übersicht wird deutlich besser in Path of Exile 2, um entscheiden zu können, hey, was könnte zu diesem Skill denn eigentlich passen? Wie kann ich diesen Skill an meine Bedürfnisse anpassen? Welche Optionen stehen mir da zur Verfügung? Das ist deutlich einfacher sichtbar als in Path of Exile 1. Gefällt mir richtig gut. Und zu dem Punkt vielleicht auch noch, was ich häufiger auch unter manchen Videos gehört habe, Gemmen. Gemmen steht im Duden, heißt auch Edelstein. Ja, also wenn ich mal Gemmen sage oder gesagt habe, das Wort ist legitim. Ja, aber egal, wir gehen weiter. 1500 Knotenpunkte wird es in dem passiven Skilltree etwa geben. Das wurde auch nochmal gesagt. Also jede Menge Zeug. Nachdem ich jetzt auch diesen Livestream gesehen habe, muss ich einfach nochmal wiederholen. Ich glaube nicht, dass Path of Exile 2 einfacher ist als Path of Exile 1. Ich glaube nur, dass einem Path of Exile 2 vielleicht den Einstieg ein bisschen erleichtert, durch die bessere Übersicht, sich ein Bild davon zu machen, was da eigentlich abgeht. Aber trotzdem, die Komplexität ist nicht weg. Die ist nicht vereinfacht worden. Die ist genauso da wie beim Einser. Dann gehen wir aber mal zu einem anderen Punkt, nämlich permanente Boosts und Skillbücher. Wurde nochmal betont, dass Bosse das droppen. Und man kann ja immer wieder auch mal so Nebenbosse finden, sage ich mal. Aber das lohnt sich extrem, die zu machen, denn die Bosse, wenn man die besiegt, die droppen entweder zum Beispiel so ein Skillbuch, wo man eben einen Skillpunkt bekommt für den passiven Skillbaum. Oder sie droppen zum Beispiel permanente Boosts, dass sie deinen Feuerwiderstand permanent erhöhen. Ein Item, das kann man dann anwenden und dann hat man permanent höheren Feuerwiderstand. Das heißt, diese Bosse zu jagen, diese Bosse zu besiegen, ist extrem lohnenswert, weil dein Charakter dauerhaft davon profitiert. Und wenn ich mich an ein Interview vor diesem Livestream jetzt erinnere, wurde, glaube ich, auch gesagt, dass das pro Charakter gilt. Das heißt, es ist nichts, was du accountweit freischaltest, sondern es ist pro Charakter. Das heißt, du müsstest es für jeden Charakter erneut machen und die Bosse besiegen. Dann haben wir eine krasse Meldung, wie ich finde, ich wusste bisher davon nicht, nämlich Slots auf Items. Ich, mir war das nicht bekannt bisher. Diese Slots sind für Runen da. Runen wird es also geben in Path of X 2 und die geben auch permanente Boni beziehungsweise Resistenzen für deinen Charakter, für dein Bild, den du da machst. Und diese Runen passen halt eben in diese Slots und bestimmte Items haben eine bestimmte Anzahl an Slots. Das Maximale, was ich gesehen habe, waren drei Slots auf einem Rüstungsteil, also auf einer Brustrüstung und die meisten anderen Sachen haben so ein Slot drin. Und das kann man auch durch Crafting teilweise noch ein bisschen maximieren, aber ich weiß nicht im Detail, wie stark. Ein riesengutes Ding, was gestern, finde ich, nochmal klar gestellt wurde, ist, dass alle Items frei handelbar mit Spielern sein werden. Also, wer sich die Frage gestellt hat, ja, was ist denn mit dem Spieler zu Spieler handeln? Wird das eine große Rolle spielen in Path of Exile 2? Oh ja, also, so wie das aussieht, durchaus, weil man alle Items frei handeln kann. Das Einzige, was man nicht handeln kann, frei, ist Gold. Das heißt, Gold kann man nicht durch Handeln vermehren. Man kann Gold nur vermehren, indem man Path of Exile 2 spielt. Und durch viel Spielen hat man dann auch die Möglichkeit, mehr zu handeln. Das sind noch Systeme, wo ich finde, muss sich zeigen, ja, ob das so funktioniert, ob man so den Handel limitieren kann und ein bisschen im Zaum halten kann, was Echtgeldtransaktionen angeht. Bin ich mal gespannt drauf. Gehen wir rüber zu den Aufstiegsklassen an der Stelle nochmal, weil es Prüfungen geben wird, auch für die Ascendancies, so wie es bei Path of Exile 1 der Fall war mit dem Labyrinth, ist jetzt allerdings hier ein bisschen anders. Denn jede Zone, also ich glaube, diese Völker quasi in dieser Zone haben jeweils andere Rituale für den Aufstieg. Das heißt, ihr könnt wählen, welche Art von Prüfungen ihr machen wollt, um aufzusteigen. Und da wurden zwei Beispiele gezeigt von verschiedenen Zonen, wie das gemacht wird. Das heißt, es sind verschiedene Systeme, die da ablaufen. Einmal braucht ihr eine Münze, beim anderen braucht ihr eine Art Token. Dann müsst ihr irgendeinen Boss besiegen, damit ihr so ein Token habt. Und dieses Token könnt ihr dann benutzen, indem ihr es da reinslottet und dann auf Anwenden drückt. Und dann kommt ihr in den Bereich, wo ihr diese Prüfung bestehen müsst. Und wie diese Prüfung abläuft, mit welchen Modifikationen, mit welchen Bedrohungen, worauf ihr achten müsst, worauf ihr vielleicht eher weniger achten müsst, da gibt es krasse Unterschiede, interessante Unterschiede und man kann dann einfach wählen, boah, ist mir das ein bisschen zu schwer, weil da gibt es zum Beispiel, dass ihr mehrere Maps rennen müsst und ihr habt dann, anstatt zu leben, habt ihr Ehre. Und wenn ihr getroffen werdet, sind eure Ehre, wenn eure Ehre auf Null ist, ist es vorbei. Könnt ihr nochmal von vorne anfangen, die gesamte Prüfung. Für mich klang das im ersten Eindruck ziemlich hart, muss ich sagen, weil man viele Skillchecks hatte, sag ich mal so, und sich wirklich über eine relativ lange Zeitspanne sehr konzentriert beweisen muss, um dieses Ascendancy zu schaffen, weil dann am Schluss auch noch ein Boss war, den man ja eigentlich auch auf den ersten Versuch schaffen muss, soweit ich das verstanden habe. Deshalb die zweite Prüfung, die da genannt wurde, fand ich deutlich angenehmer, weil das nicht so lang gestreckt erschien für mich, aber auf diese Prüfung können wir vielleicht auch im Detail mal in einem anderen Video noch eingehen. Das würde das Ding heute hier zu lange machen. Wichtig ist noch für den Early Access Start, dass sie auch gezeigt haben, wie der Levelverlauf eigentlich so ist. Also man wird ja allgemein im Path of Exile zwei, sechs Akte haben und dann geht es danach ins Endgame. Und da es jetzt beim Early Access Start so sein wird, dass es nur drei Akte gibt und keine sechs mussten sie sich ja was einfallen lassen, um den Beginn vom Endgame quasi trotzdem starten zu lassen nach nur drei Akten. Da haben sie sich Folgendes ausgedacht. Sie geben einem quasi Akt 1, 2 und 3 als widerspielbar. Man macht es normal durch im ersten Schwierigkeitsgrad und dann gibt es einen härteren Schwierigkeitsgrad. Wahrscheinlich wird es grausam heißen, diese Schwierigkeit. Und auf grausam wird man dann nochmal Akt 1, 2 und 3 durchspielen. Also erinnert mich jetzt stark an Diablo 2 einfach, wo es dann Hölle gab und so weiter als Schwierigkeit und man zockt das einfach nochmal durch. Das ist erstmal so eingebaut, damit man Level 65 werden kann im Early Access. Wenn dann alle sechs Akte veröffentlicht sind und da sind im Spiel, wird dieser Grausamkeitsschwierigkeitsgrad verschwinden. Das heißt, das ist nur vorübergehend in der Early Access Phase so, damit man Level 65 werden kann. Dann haben wir zum Early Access Start etwa 50 Bosse und 400 Monstertypen mit am Start, 50 Bosse. Klingt für mich so, wenn man jetzt an pro Zone ein Boss denkt, haben wir eben 50 Zonen. Also klingt für mich wie die Hälfte von dem, was eigentlich geplant ist. 100 Zonen, 100 Bosse habe ich da noch im Kopf. Und was sie einfach allgemein, das vielleicht noch kurz vor Ende dieses Videos, wir sind bald am Schluss, was ich hier noch einfließen lassen möchte, worauf wir jetzt heute nicht so krass zu sprechen kommen, ist, dass sie ein Mega-Endgame eigentlich vorgestellt haben gestern im Livestream. Sie haben vieles vorgestellt, was Path of Exile 1-Spieler sofort bekannt vorkommen wird. Also viele Systeme, die es da schon zu erleben gibt, werden auch in Path of Exile 2 dabei sein. Auch wieder so ein Skillbaum für den Atlas, aber auch weitere Skillbäume für Endgame-Varianten, denen man sich stellen kann, wo es dann auch wieder Bosse gibt. So ultimative Bosse, denen man sich stellen kann. Diese ultimativen Bosse haben einzigartigen Loot teilweise dabei sogar, die man nur von denen bekommen kann, aber dazu dann vielleicht auch in einem anderen Video mehr. Nur wichtig einfach zu wissen, das Endgame, was sie vorgestellt haben, ist wirklich für einen Early Access, finde ich, gewaltig. Für einen Early Access ist das brutal gewaltig. Aber mehr dazu, wie gesagt, von anders. Ich glaube, die spannendste Frage wird sein, wie die Spieler darauf reagieren werden, wie dieses Kampfsystem jetzt anders geworden ist und wie sich das anders spielt. Die Endgame-Szenen versprechen doch ein ziemlich flottes Gameplay. Also nicht nur so extrem taktisch und lahm, sondern es wird schon schneller. Aber ich glaube trotzdem, das gibt einen Unterschied zwischen Path of Exile 1 und Path of Exile 2, was das ganze Kampffeeling angeht. Und ja, alles in allem, mal schauen auch, wie es ist, wenn man nur einen Versuch hat pro Boss und dann wieder der Boss resettet und man von vorne anfangen muss, wie viele Spieler davon gefrustet sein werden, wie ist der Schwierigkeitsgrad in der Richtung und so weiter. Das sind alles noch Fragen, die ungewiss sind, die sich zeigen müssen. Der Early Access Start ist mit einem Paket, das kostet in Euros, glaube ich, 28 Euro. Könnt ihr reingehen ins Spiel und das einfach auschecken und ihr während der ganzen Early Access Phase habt ihr Zugriff abzugraden auf jedes Supporter-Paket, was euch dann vielleicht noch in den Sinn kommt. Da gibt es alles bis 400 irgendwas Euro, glaube ich, wo ihr reininvestieren könnt, wenn euch das Spaß macht. Und ansonsten seid ihr ab 28 Euro dabei in der Early Access Phase und könnt während der Phase einfach noch entscheiden, ob ihr ein Upgrade machen könnt. Nach der Early Access Phase sind diese Supporter-Packs dann wahrscheinlich auch wieder weg. So viel erstmal dazu. Ich denke, das reicht für den ersten Input für euch. Lasst mir natürlich gerne eure Fragen unter dem Video hier da. Dann können wir darauf in einem nächsten Video mit eingehen. Denn ich glaube, ich labere schon wieder viel zu fehlen, aber ich glaube, viele, die sich jetzt vielleicht für Path of Exile 2 interessieren, ich möchte hier auf dem Kanal Videos bringen, um euch mitzunehmen, wenn ihr noch nicht im Path of Exile 1 unterwegs wart und euch noch nicht so viel damit vertraut gemacht habt, dass wir einfach auch gemeinsam, so wie ich, mir auch die Systeme jetzt relativ frisch anschauen und dass wir zusammen das Spiel von Grund auf einfach lernen und verstehen und genießen lernen, sage ich mal, so in gewisser Art und Weise. Und wenn ihr da dabei sein wollt, freue ich mich natürlich auch über euer Abo in Zukunft in diesem Sinne. Leute, macht's gut und bis zum nächsten Video.